Ähm, springen wir das Ding jetzt. Wir hätten erst noch da dran spielen können, dann müssten wir jetzt nicht noch mehr hin und her laufen. Ähm, und es ist heute ja zieren und gehen wieder da hin und opfern es und nehmen die Münzen mit und gehen weiter nach da oben. Rechts. Runter. Zack. Und. Opfern das. Nehmen die Münze mit. Wir sind auf Necropolis ein. Wir sind auf den Tiefen zwei. Okay, dann nehme ich doch nicht Lemon Party mit, sondern nehme Strength mit, weil ich denke, dass mir das mehr helfen sollte gegen Mutter als Lemon Party. Ich nehme deshalb Herzi mit und gehen zu Mom. Aber. Ähm, freezen sie mal. Beziehungsweise haben sie nicht gefreezt, weil sie nicht auf dem Bild war. Das war ein schlecht von uns. Wann haben wir denn das zweite Herzchen? Haben wir das jetzt durchs Schenkt dazubekommen? Ist ja egal, wozu durch wir es bekommen haben. Wir haben auf jeden Fall Mom besiegt. Wir nehmen hier das Damage und Range Up noch mit. Oh, Mann. Oh, Mann. Und gehen weiter in die nächste Ebene. Bist du noch ein blauer Stein? Nein. Gut, weiter geht's. Ist echt eine lange Folge mittlerweile. Und sind jetzt in The Womp A1. Ist doch sehr schön. Wir machen jetzt echt viel Schaden. Ist auch sehr schön. Unser Stupselchen ist leider wieder... Also unser Hairball ist leider wieder klein geworden. Ich mag das Wort Stupselchen. So. Dich tot, dich tot. Jetzt werden wir natürlich mit Schlüssel überschüttet. Jetzt wäre es schön nochmal einen... ...Casino-Raum-Dingens zu finden. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Auf den Ebenen. Toad. Und... Wollen wir da reinschauen? Ja, wir wollen da reinschauen. Bitte hab was Gutes. Dankeschön. Da ist mir sogar das Herz, was wir verloren haben, wert. Da wir jetzt hier ein Herz verlieren in solchen Räumen und nicht nur ein halbes... Jetzt sieht, wie schnell wir... ...so Gegner töten. Das ist echt krass. Ja, wir haben dort eben gerade einen Schlüssel verschwendet. Das ist mir bewusst, aber... ...als ob wir jetzt Schlüsselmangel hätten. Flach übrigens, wenn wir noch Schlüsselmangel bekommen. So, 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 so. Und Loki. Loki kriegen wir auch schnell tot, denke ich. Komm, spawn weiter fliegen. Die ich in deinem Gesicht in die Luft jagen kann. Sehr schön. Und noch Chubby. Chubby kriegen wir auch schnell tot. Chubby, 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 Chubby. Chubby, 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 Chubby. Wir könnten ihn auch noch verlangsamen, wenn wir das wollen würden. Außerdem haben wir auch noch einen Haufen Bomben, die wir auch sowieso Chubby zu fressen geben könnten. Aber wozu denn? Komische Gegner. Komische Gegner. Alles tot in dem Raum und wir können weiter gehen erstmal in die Richtung. So, hier ist der eine, der hinterherläuft, der aber eh nicht zu uns kommt, weil wir fliegen können und deshalb sowieso immer über dem Abgrund fliegen können. Und natürlich lenken wir von allen Gegnern, die wir ablenken könnten, genau den ab, der explodiert. Wobei der auch explodiert, weil er auch ein Auge hatte. Oh, sie sind beide tot. Ich habe erst nicht gemerkt, dass der eine schon tot ist. Und jetzt die Gurglings töten. Komm, stirb, kleiner Gurgling. Stirb. Ja, wir kommen eigentlich echt ganz gut durch die Ebenen. Ersten Gurgling tot. Durch die Ebene. Ja. Oh mein Gott, war das knapp. Ähm. Nehmen wir mal die Pille. Was macht die Pille? Bombs-Archie. Ja, macht keinen großen Unterschied. Ob jetzt Bombs... Ja. 30 zu 23, da ist der Unterschied relativ klein. Show. Und. Was ist das für ein Gegner? Ist ja nervig. Hatte ich den schon mal im Let's Play? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte ihn bisher einmal beim Silberspielen. Und da haben wir wieder so sinnvoll unser Item eingesetzt. Aber. Ist ja relativ egal. Und. Haben wir besiegt. Nehmen noch mal Ams Heels mit. Und hätten einen Haufen Herzen zum Opfern. Deshalb würde ich sagen, gehen wir doch noch mal schauen, ob wir irgendwo die Möglichkeit bekommen, Herzen zu Opfern. Ich glaube es zwar nicht. Oh, wir haben noch einen Schlüssel ausgegeben. Nein. Also keinen Raum, wo wir sinnvoll Herzen opfern können. Jetzt würde ich mal schauen, ob dieser Herz, äh, dieser Stein dort ein Kreuz hat. Nein, hat er nicht. Sieht mich, finde ich, ein bisschen so, ah, ja. Komische Steine. Ähm. Gut. Es gab kein Teufelsraum für uns. Also gehen wir mal weiter in die nächste Ebene. Das ist echt ein langer Run. Ich bin mal gespannt, ob wir noch zum Teufel kommen. Ich glaube es nicht. Ich habe noch ein bisschen Bedenken, ob wir Marms schaffen. Also Marms Herz schaffen. Weil wir gerade echt viele Herzen verschwenden. Deshalb möchte ich jetzt auch ein bisschen mehr aufpassen, dass wir nicht so viel spielen auf Hey, ich will unbedingt meinen meinen Ball einsetzen, also den Hairball einsetzen, sondern wirklich mal spielen, dass wir möglichst gut durchkommen. Auch wenn der Hairball echt lustig ist. Ah. Ähm. Schauen wir mal, was hier so in den Kisten drin ist. Oh mein Gott. 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 So, 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 so. Dich habe ich auch gleich tot. Dich habe ich tot. Und dich habe ich tot. Und dich habe ich tot. Schauen wir hier nochmal rein, was da drin ist. Pillen sind für uns drin. Sehr schön. Wenn da jetzt noch gute Pillen dabei sind, das weiß ich aber leider nicht auswendig. Mir nicht gemerkt, welche Pille was ist. Und eine Rangetown-Pille. Oh, da sind wir reingelaufen. Ist aber egal. Da wir eh. Ah, da war die andere Pille. Eine Speed-Up-Pille. Range down und Speed up. Nehmen wir mal die Speed-Up-Pille. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen schneller. Schon ein bisschen gruselig, wie schnell wir sind. Und gehen weiter nach hier oben. Kommt, ihr rollenden Gedärme. Zack, zack, zack. Wir haben immer noch zu viele. Zu viele Bomben. Und zu viele rote Herzen. Und jetzt sind wir bloß nicht gegen die Dinger fliegen. Hey, da haben wir nochmal Loki. Und haben äh, Mutters Herz gefunden. Und haben uns nochmal Schaden geben lassen. Oh Gott, war das nervig. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum Mutters Herz. Setzen direkt das Einfrieren-Item ein. Oh, 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 oh. Wir haben kaum Items, die uns beschützen. Das ist ein bisschen problematisch. Zumindest haben wir nicht so viele, die ich gerne hätte, die uns beschützen. Da haben wir nur noch ein Herz gerade. Müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, da sind wir gestorben. Und unsere unendlich vielen Herzen, also unser Mal-1-Fragezeichen, hatte gar kein Herz mehr für uns. Also gar kein weiteres Leben. Also war's das. Und wir sind leider wieder mal bei Mutters Herz gestorben. Ah, war aber auch knapp. Gut, ich denke, es war trotzdem ein ganz cooler Run. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. War echt cool. Und wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Run. Wieder ich weiß gar nicht mit Kane oder mit Eve. Ich weiß es nicht. Jetzt wo wir Kane freigestellt haben. Mal schauen. Noch keine Challenge auf jeden Fall. Und ja, bis dann. Ciao.